Und was ich auch nie für Möglichkeiten hätte, aber mittlerweile feiert der Impfpass ja sogar schon Einzug in die bayerische Kattenspielkultur. Und, wie schaut's aus? Spiel mal eine Runde Schafkopf? Schafkopf? Du, alle weine, dein Schafkopf. Es soll ja alle gut an. Spiel mal eine Runde Impfkopf. Komm, was soll denn das sein? Das habe ich noch nie gehört. Pass auf. Einmal Impf mit AstraZeneca. Dann gehe ich mit in der Höhe. Einmal Impf sogar mit Biontech. Der Stich ist weiter. Zweimal Impf kreuz ihn von Astra und Biontech. Das ist ja gar nichts. Hey, da gehe ich lieber drüber. Dreimal geimpft und zwar mit Sputnik. Hey, hey, hey. Moment einmal, Moment einmal. Ich sputnik's neuer Schmarrn. Hab dreimal geimpft und gibt's so ein Sack. Und auch mit Sputnik. Es ist ja nicht mehr zu belassen. Ach, du. Deine Impfpass ist gezinkt. Du ist es selber sauer und gut. Aber so ein Sack. Und auch mit Sputnik. Ich sputnik's mal. Hey, 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 hey. Ich sputnik's mal. Oh, 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 oh. Oh, da füß ich richtig ab. Ich denke, dieses Impfkopf wird sich wahrscheinlich doch nicht durchsetzen. Vielen Dank.